Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Baujax spielt Mio's Edge Cataclyst Cataclyst? Cataclyst? Catalyst? 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 Ja. Hast du gefühl WoW? Wir sind hier im Cataclyst. Pass auf, da oben die Tode! Der Todesschwingel! Alles, jetzt musst du noch die Spirschule-Effekte rein. Genau, ich lass da einfach so ein Viereckiges Bild von Todesschwingel. Wow. Was war das denn jetzt? Ernsthaft? Miau. Miau. Genau. Tschüss. Ach ja, und wie fühlt es sich an, mal wieder in Glass rumzulaufen? Ja, macht Spaß. Ich hab eben noch in der Zwischenfolge ein wenig trainiert, damit mich ganz so ratlos mit der Steuerung und hacklich damit wieder geht. Gegen die Hau, oder nicht? Kannst du die nicht aufhauen mit RT. Okay. Ich hab als erstes die Technikabteilung. Da ist bestimmt irgendwas zu finden. Okay. Da stehen wieder Leute und denen ist das vollkommen egal, dass da eine fremde Person bei denen in der Firma rumspringt. Ich hab ein Vermerk gefunden, dass der Chip in einer Drohne im Vorführraum installiert ist. Der ist ein paar Stockwerke höher. Such nach einem Aufzug. Ja. Viel Spaß. Tja, du musst die glaube ich... Ah, die hast ja schnell down. Wir sind down control. Oh. Oh. Weg mit dem. Nice. Ja, das ist aber auch so unglaublich warm hier. Oh ja. Keine Ahnung, wie viel gerade haben wir draußen. Jetzt noch eine schöne Aufzugsmusik. Da, 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 da. Gut, Alter. Aufzugsmusik. Schlimm sind immer die Filmen, die sich sowas nicht leisten können. Boah. So sieht's in jeder Uni hinterm Hörsaal aus. Ja, natürlich. Alles klar. Okay. Lang, weiter. Achso, du hast dich umgedreht. Sehr gut. Boah. Am Ende musst du bestimmt springen. Oder auch nicht. Ich glaub, die funktioniert nicht so ganz wie die soll. Aber sei gut, dass die nicht funktioniert. Ja. Wenn die funktionieren würde, würdest du nie im Leben hinterher kommen. Ja. Oh, sehr cool. Das fühlt sich immer so toll an. Boah. Was? Du bist eigentlich auf der Kante gelandet. Das wär ein Knochenbruch in beiden Beinen gewesen. Ja. Wer legt die denn überhaupt? Boah. Hä? Alter. Nicht mal schweigen. Ja, ich muss hier jetzt, weil ich die Rutsche verpasst hab. Ich geh einfach mal andere Wege. Auch gut. Wieso denn einfach, wenn's auch schwer geht? Okay. Nee, lass ich hier. Was? Lass du das Blut liegen? Okay. Genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist mit einer VR-Brille oder so. Ja. Zurück zum Nut. Gut. Das ist auch noch gut. Ja, wo war der denn? Ähm. Ja, ähm. Ja, hochrecht. Ach, kein Plan. Oh lol. Das ist zwar nicht der, den wir gesucht haben, aber... Aber auch nicht schlecht. So. Loot is Loot. Loot is Loot. Da ist nochmal Loot. Oh, was? Rechts. Links. Hä? Da. Ja. Das ist ja auf der ganz anderen Seite. Da unten war der Loot. Da. Ja. Ah. Sehr gut. Zack. So. Jetzt gucken wir mal. Moment. Dahin. Was wir als nächstes denn so schönes machen können. Fliegenfalle. Suche nach Icarus. Ich glaube die einzige Mission. Müssen wir mal mit der Hauptstory weitermachen. Ja. Das ist auch gut. Dann go, go, go. Du bist ja schon fast da. Okay, kein Upgrade-Punkt. Und. Jo. Ja. Da. Noot. Ja. Das habe ich eben schon gesehen. Deswegen. Ah, okay. Und das wollte ich noch eben schnell einsacken. Ja. 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 Wacht Es geht los. Das war aber Arschab hier. Oh, was geht denn da ab bei dem Punktenspiel? Oder das. Obwohl mir mein Vorschlag besser gefällt. Bitte. Was muss ich tun? Diese Kabel müssten dich zum Schalter führen. Ich schulde dir was. Und ab. Rühr dich nicht vom Fleck. Witzig. Immer diese ironischen Antworten. Tja. Wenn er mal freundlicher zu uns gewesen wäre, dann hätte der jetzt noch nicht so betteln müssen. Wo hätte ich denn da hängen müssen? Im nächsten Mal erst gucken und dann springen. Ja. Erst denken und dann springen. Genau. Immer schön erst links und rechts gucken. Jetzt bist du wieder einfach losgelaufen. Erst denken, dann rennen. Ich dachte, das wäre die nächste Ecke. Aber ich war schon so weit vorne gesprochen. Okay. Also erstmal links. Okay, das ist nochmal rechts. Abgrund. Da. Runden. Ich weiß, dass hier jetzt absolut nicht vergleichbar ist, aber nee, auch nicht. Wie gerade empfinden, wie es nicht sein muss. Komm mal. Streichelst du die Wand, oder was? Ja. Hä? Wie soll man denn da hinkommen? Mach mal da. Da ist ein Aurora. Jetzt kommst du doch nicht mehr. Spring einfach runter. Und ehrlich zu sein, habe ich ein paar Runs für Black November, aber noch und bevor ich mich dauer angeschlossen habe. Aufsächlich für ihr Ausstieg. Hör auf. Uns fallen sich weit schon in die Karoze. Aber sie hat unbezahlt. Ja, bla, bla, bla. War das richtig? Ja, ich denke schon. Ja. Da ist Loot oben gewesen. Einfach die gelbe Wand hoch. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Andy, da ist Loot. Wir kümmern uns gar nicht mehr um den Icarus. Ja. Das ist doch ein Speicherchip. Tschüss, Icarus. Hä, warum musst du denn jetzt da unten hin? Wir müssen da runter. Kannst du dich auch abseilen? Moment. Was machst du da? Verdammt! Das war nicht richtig. Das merke ich jetzt auch. Mach doch mal die, ähm, diesen Weg an. Ist doch an. Den leuchtenden, roten Faden. Nimm so. Dreh dich mal. Faden. Oh. Aber wir dürfen aber auch von vorne anfangen. Sehr gut. Ach, weil du da gerade eben gestorben bist, oder was? Nein, weil wir nach oben gegangen sind. Wir hätten runtergemusst. So weit runter auch nicht. Ah. So, jetzt. Ja. Ich soll doch ans Rohr. Ja. An die Stange tanzen gehen. Genau. Geh an die Stange tanzen. Mach es einfach so wie eben. Dann darfst du das untere Ding mit Springen dann. Ja. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ehrlich. Du hast eben keine Wallrun gemacht. Es ist einfach ein Sprung. Ja? Ja. Rennen, springen. Rohr. Oh. 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 Ah, ich hab noch, äh, Springen drückt gehalten. Das war mein Fehler. Da müssen wir hin. Oh. Oh. So, jetzt aber schnell hier. Fall durch. Jetzt einfach raus hier. Jetzt einfach raus. Jetzt einfach raus. Nee, kein Koffer. Schade. Wobei, so wäre das so ein präsentierter. Ja. Ein Koffer. Ach, guck. Schön vor die Wand. So, boah. Voll im Hintergrund. Ey, bist du gerade unten auf dem Boden? Ja. Bist du unten auf dem Boden? Das ist das erste Mal, oder? Sieht aber echt schäbig hier aus auf dem Boden. Das ist ein ziemlicher Aufrohr. Wow. Das wird jede Menge wie Tau. Von Kruger ist ein Kaufquartier-Mann-Flug. Sieht doch so gut, irgendeiner. Du gehst weg, noch einmal. Und da ist der Schalter. Alter. Der hat denn so die Kabel verlegt. Okay, das war's. Sagte der Elektriker. Du musst jetzt raus. Vielleicht ist ja irgendwo in der Nähe ein Aufzug. Falls du noch eine entspannte Möglichkeit suchst, wieder nach oben zu kommen. Voll entspannte Möglichkeit. Ich glaub, du musst... Ja, genau. So. Ich mach das lieber hier schneller, bevor der nämlich runterkommt. Wie fest hat die denn da vorgehauen? Welches Schockwerk? Überall hin. Ich habe statisches Rauschen. Noah? Verflucht doch mal, Faith. All diese Kruger-Sack-Truppen. Sie sind auf dem Weg zum Versteck. Bam, bam, bam. Ich wiederhole. Oh, oh. Sprich mit mir. Kruger-Sack schlott unsere Frequenzen. Wir müssen zurück, Faith. Wir treffen uns da. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich will doch besser geklettert. Hey, ich gehe los. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Gut. Das sind mir ein Thron. Oh, krass. Verdammt. Ich hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen würden. Wir haben jetzt los vereinen. Krass. Die wollen aber ordentlich aufrollen. Wir wollen aufrollen. Und tschüss. Ich kann weder Noah noch die anderen erreichen. K-Z blockiert irgendwie ihre Kommunikation. Ich muss da. Rechts lang. Rechts, rechts. Nein. Da und dann darüber. Ah, okay. Hey, ich höre Schüsse. Uns bleibt keine Zeit mehr. Ja, und das ist das Stichwort. Uns bleibt keine Zeit mehr. Doch. Die Tür. Was wird sich wohl hinter dieser Tür verblieben? Das seht ihr leider erst in der nächsten Folge. Bei hier. Bei Biojax hier. Bei Fliegenfalle. Bei Fliegenfalle. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschau. Tschau. Tschau.